ja hallo liebe freunde herzlich willkommen bei dead by daylight ich habe mich immer dagegen gewehrt killer zu spielen habe mich aber dazu entschlossen das doch zu tun da unser lieber neck bald lange in den urlaub fliegt und ich ihm gerne noch eine freude machen wollte bevor er davon auf und davon ja gut dabei meine meine opfer sind neck breaker schala und ich bin so schlecht und darum habe ich jetzt auch die facecam ausgelassen ich möchte nicht dass ihr mein verzerrtes heulendes gesicht sehen müsst und doch sagt gut du bist mein lieblings opfer so und ich bin der meinung es geht los 4 3 2 1 ab in den ladebildschirm bitte man sagt er es hängt zuerst nein warum habt ihr das alles mitgenommen ich habe gar nichts ich habe nicht mal ein perk in meinem keller ich habe ja extra nur gemacht dass wir nicht auf die neue map kommen weiß er stand nur drauf glück für alle mitspieler schön das heißt auch für dich ja ich bin mal leben tust du ja auch noch müsste das glück auch für dich erhöhen ich bin gespannt wenn sie spiel ich bin echt gespannt wenn sie genau stimmt könnt ihr alle nehmen das wird jetzt eine überraschung bist du die hexe egal wir sehen es gleich diese perspektive ich hasse diese perspektive ich auch ich mag sie deswegen darfst du ja auch kein killer sein immer eben in der ecke seid so böse ich habe herzklopfen ich erinnere denn besser du als wir ja ich dachte gerade sie schnappt mir ins ohr oh ok 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 scheiße nein das könnt ihr doch nicht machen ich konnte mich gar nicht mehr wegbewegen ich wusste das nicht ich denke so hä warum habe ich jetzt ein paar Leute um den Kopf und drauf ey das hat sich einfach zu schön angeboten weil du da so eben stehen geblieben bist weißt du ich bin ich bin ich bin ich bin ja das hätte ja mal klappen können naja hatte ich bei mir auch gedacht ich dachte eigentlich sie rennt noch ein bisschen weiter wir ne dark an er geht ich komme herunter ich krieg das das weiß ich rechts links und dann nicht was aber Samstag gesagt es ist schon vorhin können nicht in der zweiten Etage rummachen es sind zu beckern die das heilen die ich bin ganz ruhig und hochkonzentriert als eine Falle platziert Prozent nicht dass ich wüsste nein habe ich nicht aber sie kämpft auch nicht ich höre sie nicht nein ich bin auch gegangen weil ich der Meinung bin dass Camper Dreckschweine sind sind sie auch also sie hat keinen Falle platziert nein habe ich nicht nein gut dann machen wir erstmal Haken nein na gut bist ja nur du der Haken macht nein ich mache ja keine Haken ich habe ja keine Perks deswegen ja stimmt ja ich weiß nicht wie mir das alles hier gefällt mit euch ich weiß dass ich euch jetzt ich weiß dass ich euch jetzt nie wiederfinden werde ach so ein bisschen vielleicht solltest du doch so ein bisschen campen du sollst ja nicht davor stehen bleiben sondern in der Nähe bleiben nein das wollte ich aber dann ja aber nicht auch sein weil es ist das Ende der Map eigentlich weiß das das ist schon wer war das was er so du hast Pech dass ich nicht gesehen habe welcher Lande das bei mir ist keiner nicht der Tier ach so was ein Leben die heute nicht ich bin ich auch noch ein die ich nicht nicht das was du ich sehe dich da bist du was du bist es ich hab gar keine Tür nee die habe ich auch gerade eben weg gemacht er hat die läuft noch aus dem Rump ey scheiße sein aber ich liebe es wenn du mich beschimpft ach nee komm ich hab dich extra einmal liegen lassen, ja? Ja, nein, alles gut, alles richtig aber ich dachte echt, du bist außen aber es hat ja auch so geknallt als ich verorganisiert bin warte, lass mir kurz vor wir kommen von hinten oh total hi 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 selber Fisch Mann, hier bleibt man ja echt steck hm ich fäng fest ah ach hast du meine Falle geküsst? ja oh das war mir wichtig einmal Sucker gut zu bekommen das war mir das war mir ich kipps ja nichts in dir was man durchschmeißen kann ich weiß ich weiß nicht, was das Überlebende angeht mit Paletten und so ne da ist er nicht hm das ist ja praktisch klar hi, Neck oder Shala was? ich seh dich da vorne ich seh dich ja hinterm Baum was? dann war ich's doch nicht oh da da war ich das ja hallo ne, da war ich's auch nicht hm oder bin ich wieder ne weißt du was? ich wollte dir noch was sagen, Sakago das ist dafür dass du mich so oft gequält hast das ist dafür dass du mich trotz Absprache einfach umgebracht hast und das ist dafür, dass ich dich lieb habe und weißt du was Sakago und weißt du was Sakago? Halt die Presse das ist dafür Mann, warte so, tschüss das war mir wichtig ich hab so gehofft, dass ich ihn kriegen würde ich musste einmal Rache walten lassen Saka, ich meine es nicht persönlich es ist einfach nur die Rache im Spiel na? das war doch so 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 da kann er bis hier irgendwo ab dem Generator ähm da äh ist doch alles nicht drauf ich glaube Sakago spricht nicht mehr mit mir ich hab erst überlegt, ob ich nicht campen soll dann hab ich gedacht hm naja ja ich find doch einfach keine Rache ich hab die schon alle angemacht oder nicht? das sieht so aus, ne? nein nein, hier ist einer fast fertig vor den random am Haus ist fast einer fertig ok das soll heißen du wartest nebendran, ne? ah mit stärker Hilfe warum gehst du schon freiwillig zum Haken? oh ich häng schon wieder am Baum das ist ätzend, ne? ja ist ja noch ein Haken mhm oh, alter oh sorry, Schaller such die Luke, bitte ich hab mich schon gefunden ok na nein, wo ist die Luke? mir denkst du, das sag ich dir? da oh, scheiße, nein oh ich komme oh nein 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 na das ist natürlich gemein, weil ihr seid nur zu dritt gegen mich gewesen ach ja aber ich muss dazu sagen, wie gesagt, ich mein's nicht böse nein ach hör doch auch aber ich muss das Sakago einfach einmal töten Sakasachauer wo war denn die Luke? äh, weiter hinterher, links, 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 also zurück zurück, 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 zurück komm, drei, links, lass mich stehen links, weiter dazu stehen danke ja 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 so, komm tschüss 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 oh Gott, ey ich hasse Killers spielen, weil ich immer gar nichts seh komischerweise, ich hab euch dieses Mal doch gut gesehen, aber auch nur weil ihr so fair wart und euch hellere Klamotten angezogen habt sag ich dir es war nichts persönliches aber ich musste dich töten ich hab mir geschworen wenn ich dich kriege, werde ich dich töten und dich nicht meinen Clown entrinnen lassen und ähm dann hatte ich kurz überlegt, das nicht zu tun und dann hab ich gedacht, weißt du was du hast mich so gequält auf diesem Boot trotz Absprache und du hast mich einfach mit einem Messerstich ermordet und damit sind wir jetzt quitt ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe ihr hattet Spaß ich fand das sehr anstrengend Killerspielen ist nicht meins, ich mag die Perspektive gar nicht bedanke mich auf jeden Fall bei Sakagoo, bei Shala und am meisten noch bei Neck erster Grund weshalb ich heute Killer gespielt habe und ich sag mal Dankeschön und tschüss bis zum nächsten Mal und ich bin mir aus Shout egipzig